ja das ist das problem muss quasi ganz mal auf freunde gehen mögt dann gehst du auf meinen namen und dann aktion ich hab's noch mal versuchte verladet ja bei mir er hat konnte ja nicht mehr die sitzungsdateien abrufen soll ich bei mir komme ich es war nur ähm nee ich will zu viert sogar nicht sogar zu von keinem spielfeld ist wirst du immer wieder belohnungen erhalten dann bin ich bei dir ja ja hinter mir dann mein auto ein kippen die sind wenigstens zwei leute außer du der sätze fünf also sind wir zentraler so warst du denn vorne hin rechts links eine richtung auf mich abholschuhe ab der sache na gut stellt keine ahnung ich hätte ja geld warum haben wir kein geld oder nicht also das geld im seite ok mit braucht noch geld da müssen wir fragen gehen und bank um hart will ich mein geld einzahlen den nächsten bank um hart sind geschäft mit mir gefallen wo ist es sei denn du ein auto sache ja ich habe ein auto aber wo sei einfach das straße lang wir sind zu fuß so hat er kann schuhe an vor allem tut er euch nicht umrahmen sondern ihr werdet erst über halbpunkt weißt ihr trotzdem ruhig führen umrahmen neue wahl für ein paar jahre auch wieder hier nicht so laufen lassen mit links da ich habe fast keinen schoss mehr oder nichts aber falsch hey was war das er zieht einfach nach links ja das war bei mir früher auch mein auto ist mein auto das auf mir verbeisender ich will also ich würde ein ok zu können überfall ja du bist du mir bei dir zieht nach links oder wenn du links ein reifen hast du kann nackt du ja mit dem auto kommen wir jetzt nicht mehr weit kann man also ein kleidungsgeschäft auch überfallen na nur wirklich welche wo es angezeigt wird ja der hat einfach dahin oder nee das wird nicht gehen muss markieren glaube ich bleibe mal so lange sitzen bis ihr dahin gefahren sei ich glaube ich das geht sich aus ich hab noch ein reifen ein reifen nein 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 du blöd einmal eine kehrsende das war das erste hinkrieg oh man das hat keine reifen wir lassen das auto sein ich geh lieber zu fuß bin ich schneller bin ausgestiegen jetzt geht's warte mal da oben deine autobahne ne das ist eine zugstrecke ja mein auto ja tschüss man sieht sich warum seid ihr alle so schnell pfiff dann kannst laufen ja ich renne ja sowieso a gedrückt halten wuuhu hinko schreit ne mission neu von riatis belagerungszustand 4 ihr seid trotzdem schneller als ich wenn ich hohe schuhe anhabe ich mache ja ein paar größere Schritte was du bist illegal ja auch egal habe ich gesagt meine waffe ist schon mal autos meine waffe ist hier weg dürfte nicht sein ich habe zwei gewehre dann wird das sein warum habe ich deine waffe kann man ja hier mal ein auto abholen kommen wir gleich aus ihr fetter sack ich so übel ist deprimierend nicht nicht ich komme gleich weiter gehts weiter gehts Oh shit, oh shit, aah. Alles gekonnt. Alles gekonnt. Ne, kommst du? Du wirst fuck nat. Ne, komm, ich komm hier. Ich komm ja. Wahrscheinlich genügt. Ne, ich komm extra. Hab ja eigentlich nur ne Frontschutzscheibe drin. Naja. Muss man eindeutig ändern. Das Auto holen wir uns jetzt. Frontschutzscheibe hab ich gesagt. Boah, ich schieß mal wieder rum, ey. Ich will das auch noch haben, aber die gibt's nicht schwer, die alte Dusche. Sascha, schaffst du das nicht, die abzuknallen? Ja, weil das ist wirklich schwer. Oh, jetzt haben wir schon mal gefreut. So, Mö, jetzt gehen wir schnell überfallen. Mö, hinter uns kommt einer. Warten, Sascha. Geht nix, wenn ich überfall. Ja, weiter. Doch, du brauchst Geld mit. Mö, hinter dir ist jemand. Scheiße, ich hab Angst. Andere Spieler. Der wird wahrscheinlich auch überfallen. Den werden wir jetzt überfallen, Sascha, komm. Warte, gute Knarre. Ihr habt gute Knarre? Ich hab zwei Knarren. Mö, der gar keine Knarre. Schade. Ich hab aber an dem Geschäft schon einen Haken dran, deshalb wird's vielleicht gar nicht gehen. Mö, der muss überfallen, nicht wir. Aber ich muss jetzt weg. Ich könnte entscheiden, Sascha. Bleibst da oder fährst mit? Ich hab auch zwei Sterne, ich fahr mit. Hey, du? Hey, tschüss. Äh, Hilfe? Ich hab dich, das kannst du nicht anstellen. Wo seid ihr denn jetzt? Ich fahr wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Ich möchte einen Docker da nochmal erschießen. Sascha. Ja, ich hab fast keine Mission mehr in der Pistole. Ist mir egal, da vorne ist er auch. Nee, der hat ja eine Motorradfahrer aufgehalten. Ah, oh shit, oh shit. Vor allem einfach, weil die schon aufgehen. Was bad, er hat's trotzdem geschafft. Was ist das für ein Schwäfti? Du bist gleich mal links fahren. Fahr weg. Nein, du Kanak. Nee, ich fahr, ich fahr, ach. Hast du jetzt was mit, oder? Der Kanak ist doch da vorne, aber wo fahrt der denn rum? Ja, ich weiß nicht, was Sascha da macht. Ja, fahr selber. Ich weiß schon, dass der Kanak da vorne hält. Den wollte ich ja erwischen. Naja. Ja, aber den kriegen wir so nie wieder. Zu weit weg. Irgendwo. Wo fahrt ihr denn eigentlich rum, verdammt? Irgendwo. 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 Kann ich nicht mehr mit Geld geben? Ja, die Müll könnte jemanden überfallen. Wenn sie mal überfällen. Wer hat jemanden überfallen? Also ich kann GPS spontanes Rennen. Nein. Wart auf mich. Ich habe ich gesehen. bargeld bargeld aus letzten shopteilen also zwar tauscher also zwar das ist ja fast also wir haben dort unten was ist eigentlich was sind eigentlich diese reise kopf das ist capture was kann man da capture so als frage ist dieses blaue zeugsten aber da hat man so wir können ja auch mal da ein bisschen schauen weil ich glaube das bringt mehr da scheint zu fett deswegen fliegen wir nach vorne scheiß scheiß wird war ich auf der straße einfach links das ist einfach links runter fahrt na klasse mit schießt sich gleich ich habe leider noch vier kugeln in meiner pistole ich habe noch keine ruck und das mal wieder zum ammunition die polizei pflicht der eine stern mit verfolgt uns traktor mit man kann mit hast du eine sterne nee ja gut du musst jetzt überfallen ja mit überfall überfall ja du brauchst das geld ach so du ordentliche knarre warte mal mit habt ihr aufgesammelt hätte ich kann ich mal lenken und erfahrt musst du wenn du das geld ab bist alter mir das so zu spinnt ja nicht beide kriegst du nicht so warte mal ne ihr hattet die ball bobo oder ja ja lieber fall pass schon so passt ja fahr weg